Bildungskarenz kann grundsätzlich bis zu zwölf Monate dauern. Die kürzesten Blöcke, die ich nehmen kann, sind zwei Monate. Ich kann es mir aufteilen, aber ich kann es auch ganz an einem Stückchen nehmen. Ich muss mir das natürlich davor auch mit dem AMS und mit meinen Arbeitgebern nochmal abklären, ob ich das dann wirklich darf.